Hallo YouTube und Willkommen zurück zu Let's Play Terraria wieder bei der fiesenen Lava und jetzt ist mein, gerade eben war mein Bildschirm gelb und jetzt ist er Silber das ist irgendwie immer in verschiedenen Farben bei Terraria Wollte aber noch viel abfließen ne? ALTER war das knapp ich bin fast irgendwo hängen geblieben aber guck mal hier das doof was denn? das von links muss auch noch weg nein ja klar, guck mal, das läuft alles da drüber aber das muss nicht weg aber das läuft ja alles drüber, sollen wir das zumachen? ne geht ja nicht mehr es geht alles nein was denn? Quatsch immer auf seinem Leben oha, guck mal wo ich hier hänge ja ja was soll ich machen? ich muss versuchen einsprung und nach oben und dann einsprung hoch oder so so du mongol oh egal, ich hab den Fluss jetzt gestoppt wow, du musstest ja auch nicht hin raus hab ich jetzt auch gerade gemerkt oh ne, das ist aber nicht so gut ich mach den wieder an sonst ist das derselbe Wasserfluss wie normal, Junge egal, das ist nicht mehr so viel zum abfließen ich glaube ich hab genug da gebaut oh nein, hässlicher Slime kommt geht zu keinem jawohl ich frieze in die Lava hat das Jason fast alles weg ist doch geil was, der Platz oder was? nein, die Lava oh, hoffentlich haben wir noch genug Platz ja, ich... OH! OH! danke, Casebit, danke boah, ich hab mich noch gefangen Schule, Casebit, Alter nein, bitte nicht, Junge du pädophiler, Junge, warum machst du das denn auch auf? ja, ich wollte mal gucken gehen, wie viel Platz wir noch haben kommst du wieder? ja, klar ich guckste dann ALTER! EY! was ist das? Junge Kaim hier ist irgendein Zauberer, der schießt Feuerbälle auf mich ich schwöre, Junge, der schrubbt sich in die Lava Junge, nein, geh weg, Zauberer mach deine Zaubertricks irgendwo anders, Junge ich schwöre, ne Junge, ja, nein Zauberer, geh weg Nein, Alter, Junge, hör auf, Zauberer, der schießt durch Blöcke, ich hab nur noch drei Leben ey, Junge, Zauberer, bitte hör auf, ich warte jetzt auf dich, ich will, dass du das siehst aber den kann man gut ausweichen jetzt ok, nicht nochmal diesen Bouncen, nicht nochmal diesen Bouncen ich dräng dich an, weil ich will, dass du das siehst und lange das ist voll schwer, mich zu Bouncen das ist voll schwer, mich zu Bouncen oh, ist der dumm, ey der checkt ja gar nix Chaos Ball heißt Tim Tim der Zauberer, der droppt auch irgendwas Spezielles, oder? ja, das ist das Ding, was man in äh nein, der hat irgendwas irgendwas Spezielles brauchte der oder hat äh, brauchte man man brauchte man brauchte den für irgendwas Spezielles den töten musste man soll ich mal gucken? für irgendwas Spezielles, das weiß ich noch, glaub ich soll ich gucken? ne, ne, jetzt nicht ich will, dass du das erste hieß der Tim, Alter, der Tim ich hör mal vor, dass es Tim aus der Wandschaft was guck mal, Alter, voll der Fiesling der tippt sich jetzt ohaa ohaa, übertreten ohaa, Junge, oder auch? soll ich ihn töten? nein, ich will ihm zugucken ne, kann man voll leicht ausweichen man kann ihm keinen Schaden machen, Alter oh nein, nicht ein Loverfallen ist er nicht alter pädophiles Schweine oh nein, Junge oh Junge, ich hab Angst hier irgendwie da, aber genau das meine ich alter, ist der schwul oder so? nein nein, oh, was machst du? Alter, Junge cavepad du Mongo ich glaub der hat irgendwas gedroppt oder so so ein Zauberhut, der liegt da drin, ich will den haben oh, der liegt echt da drin ey, den will ich haben, Junge, das müssen wir abschließen lassen ja, auch mit solchen Mongos, ne warte warte, hier ist guter Platz zum abfließen lassen wer geht in den eiskalt da rein, ey wir müssen ihn ja nur ein bisschen abfließen lassen nur ein bisschen ich will ihn unbedingt haben mach hier mal ein bisschen Platz Alter, nerv mich jetzt nicht ja wohl, diese Würmer, ne ich könnt die so klatschen bleibt auch da liegen, wenn man das abschließen lässt ja, ich denke, ich hoffe dann werden wir ihn jetzt gleich sehen jawohl, nächster Rare Mob getötet ein weiteres Action in meiner Liste wenn wir alle Bosse durch haben dann will ich nur gucken, ob wir alle Mobs durch haben wenn wir das nicht haben, machen wir das noch ich beende nicht das Projekt ohne dass ich alle Mobs gezählt hab reicht jetzt mal, oder? ja kommt einfach Tim, Alter, sobald du stirbst mach du auf hier unten, oder was? hier? ja, frei ne, ne, ne hier? wo ich stehe, auf der Ebene nein, nein, nein oder? doch Junge, du glaubst gar nicht, wie knapp das grad war hast du es gesehen? ja Alter, war das knapp ich hab mich aufs trinken konzentriert ich hab das nicht ich hab das nicht überlebt nur schlauch ach so will ich was holen ich guck mal wie weit das abgeschlossen ist unten der Zaubererhut ah jetzt meine Taskbar ah wie ist das, wie heißt das? weil die Fans 15% increased magic damage lass uns mal unten gucken gehen wie weit das geschlossen ist oh da war ein bisschen guck mal hier ich hab perfekt gegraben eigentlich, guck mal alter Junge, der töte mich gut ne gut ne gut ne so ich hab dir ja gesagt ich hab dir ja gesagt perfekt gegraben ja starker Greifander oh verpiss dich bock auf kommt da ja nicht hoch endlich können wir das erstmal weiter bauen ey jetzt kommt jetzt noch ein Lava doch, machen wir aber dann vorbei, ok? mal gucken, wie weit das jetzt mal ist der Falle sind, machen wir aber dran vorbei ha? wenn wir in der Hölle sind ja ja ja, ja wir machen eh nicht in die Hölle rein so weit da sind nur da oder dann alter, was ist das für die Wünsche man oh, jetzt sehe ich nicht noch ein bisschen hoch und leuchten mal aus siehst du, weil du jene Lücke gelassen hast ich? ja nein ah ah vielleicht auch mal das wollten wir jungenhörer guck mal wie hässlich das war ich hab meinen Greifarm so geschwungen also raus so gemacht da bin ich runter gefallen und das ist dann die ganze Zeit mir verfolgt während ich runter gefallen bin also das ist nicht, das konnte mir nicht nachkommen weil das ist, weil ich so schnell runter gefallen bin das ist vor allem vor allem bei mir wir die 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 haben also dass die die Ich mache hier mal zu. Es ist etwas weiter oben bin ich jetzt gerade, aber ich habe trotzdem keinen bock, dass sie von da aus runterspringen. Es war lustig, so ein Besucher zwischendurch. Der uns dann in die Lava schubst. Oh. Was passiert? Nichts. Also mal sag. Nichts. Da und wieder Lava. Alter, hier sind drei Sachen nacheinander. Wer ist hier gestorben? Kiam. Wer ist hier gestorben? Kiam. Wer ist hier gestorben? Kiam. Alles? Jedes Mal den Bounce? Jaja. Ja, was denn sonst? Alter, wie lange fällt man denn hier nicht? Das gefällt mir nicht. Man fällt es zu mir jetzt nicht mehr. Oha. Stimmt. Ah, da war das Loch. Das mich in der Haft hat. Ich mache mal ein paar neue Fäkelchen. Musst du eigentlich Fäkelchen? Wir haben noch Helme. Was? Egal, dass du spawnen welche. In der Luft spawnen die? Normal. Mach ich auch manchmal. Ich grab weiter. Irgendwann das Deiner mit meinem Messertelmet, ne? Ah, ey, was was hier ist? Was denn? Oh. Ey, ich öffne die Goldnuchers, bitte. Bin Hipster. Mach du. Was ist das denn da hinten? Piano. Geil. Oh, du mit deinem vollen Inventar immer. Was war da drin? Äh, Enchanted Boomerang. 15 Glow Sticks und irgendeine Kacke. Oh. Den nächsten öffnest du, okay? Oh nein. Oh nein. Hör auf. Komm, Mensch, hör auf. Sagen, hör auf. Oh nein. Pass auf, ne. Da ist wieder so, ne. Da ist wieder Lava-Tender. Aber nicht auf unserem Weg. Okay. Da sei ich noch nicht so sicher. Nee, da machen wir das wieder zehn Jahre lang weg. Ah, ganz bestimmt nicht. Hat er Bock gemacht. Mhm. Die Teilnehmer hat sowas immer Spaß, so Räume ausgeben, die gar nichts bringen. Doch, die haben wir es gebracht. 200 x 200 Mob-Farm. Erinnerungen. Das stimmt echt. Das war's aber auch. Alter, da hinten ist richtig viel Dämon-Neid-Uhr. Das muss ich holen. Ja, hol. Das ist zwar schon fast nach Paris der Weg, aber egal. So, dein Vergleich für was Weites ist der Weg nach Paris. Ja, das ist ziemlich weit. Nein. Damit die Zuschauer wissen nicht weit. Da können sie sich was vorstellen. Haha. Boah. Boah. Hast du Marcelo Asavedo? Was? Marcelo? Ja, kenn ich. Nein, Marcelo Asavedo. Nein. Kennst du nicht? Ne. Einzigen Five-Starskiller an FIFA? Kennst du nicht? Äh, Abwehrspieler Five-Starskiller. Achso, nein. Kennst du nicht? Den einzigen Five-Starskiller. Der ist voll hässlich. Kennst du Smithy, Urban Jungleman Jensen? Was ist das denn, Alter? Er war die Nummer eins. Wer ist das denn, Junge? Von Spontrop. Kennst du die Folge nicht? Smithy, Urban Jungleman Jensen. Hahaha. Hä? Was passiert denn das? Er war die Nummer eins. Was passiert denn da? Da besucht Spontrop so ein Grab von... Hatte er so ein, äh, so ein... Eine-Millionen-Dollar-Hut gefunden. Und den wollte Mr. Krabs unbedingt haben. Deswegen hat er gesagt, dass das... Dass das, ähm, dass das, äh, Smithy, Urban Jungleman Jensen gehörte. Hahahaha. Und dass... Und dass er die Nummer eins war. Und dass nur er... Dass nur der das, äh, hatte. Und deswegen hat er das zurück... Ich konnte irgendwas gehört. Jetzt ist schon das Leben. Du Ratze! Ja, was denn? Dann, äh... Hat er das zum Friedhof gebracht. Dann hat Mr. Krabs das danach einfach ausgegraben und verkauft. Smithy, Urban Jungleman Jensen. Jungleman Jensen. Oh, Mann! Äh! Das ist echt... Das ist der geilste, Mann. Okay, abgesehen von Gary, komm heim. Die Sponsorbier sind eh die geilsten. Also nicht so... Nicht so diese Fake-Lieder, die ist immer bei... Bei Nickelodeon. Ja, Alter, das sind so... Behinderte Kinder. Auf meiner Mannschaft hab ich doch mal gehört. Ja, ist ja auch cool. Deine Mannschaft ist ja auch cool. Und Gary, es tut mir leid. Ich wage meine... Da ist ein... Meine und er springen die Lava. Tschüss. Ey, guck mal wie das deckt bei mir! Ja, ich gucke. Gold. Gold. Zwei. Da oben ist Dinger. Soll ich das holen? Ja. Natürlich. Oh, cool! Unsere Mine geht genau in die Lava rein. Ja, aber nur so ein kleines Stück. Ja, nur so ein bisschen Lava. Das kann ich direkt abfließen lassen hier, Junge. Mach du Mine weiter da oben. Ich lass abfließen. Ich lass abfließen zu lassen. Hä? Voll schlau nach links. Wieso denn nicht? Darum. Guck mal. Guck mal, den da hier. Ich lass aufmachen jetzt. Von da bringst du eh nix. Ach du, Spaß, die, ey. Das schaff jetzt immer teiner, pass auf. Oh, das hat gar nix gebracht, ey. Das bleibt jetzt da. Nein, guck. Perfekt. Wie heißt der? Smithy Welb und Jackerman Jensen. Jackerman Jensen. Was machst du da? Ich wollte hochkommen. Boah, ich lass das jetzt. Alter. Das passt genau. Nicht. Ich baue zuerst das Silber hier ab. Oha, ist hier viel Silber. Guck mal, Teller. Oha. Teller, bist du jetzt tot, okay? Nein, Junge. allst mal. Ich lass sie hier weg machen, die sind ein Block, dann bist du tot. Nein, mach das witzig nicht. Witzig nicht? Nein. Oha. Hättest das mal gemacht und du wärst mit rein gefallen, ne? Hätte ich so... Ah! Du Wichser! Sorry. Was soll die Scheiße? Das war nicht extra, ich wollte die Federmaus schlagen. Ich schwöre, das war nicht extra. Egal, ich schaff das. Alter! Nein! Du, Mann. Mongo. Das war echt nicht extra. Du, 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 du. Die Musik bei TARIA. Nicht so geil. Ich hab mich voll vergessen. Ach genau. Uh. New touch my tralala. Es ist jetzt Pause. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschüss. So.